So, jetzt mal ganz was anderes. Ich baue jetzt eine Packtasche für die Zünder. Man kann schon sehen, das sieht schon ein bisschen nach Tasche aus. Kann man auch sehen, oder? Das wird nachher so der Deckel hier drüber, zack, zack. Ja, und das Ganze wird mit einem Ortlieb-System zusammen. Ein selbstgebautes Rohr natürlich, weil der Zünderbrann gebaut. Gut, davon aber in einem der nächsten Videos. Man kann viel selbst machen, wenn man will. Und das ist auch geil. Guck mal an hier, das ist richtig schönes, dickes, festes Gürtelleder. Das wird geil. So, das ist jetzt schon eine fast fertige. So sieht das dann aus. Man muss ja von innen sehen hier, da ist jetzt richtig viel Platz drin. Ja, dazu aber in einer anderen Folge. Ja, dazu geht's. 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 Vielen Dank.